Herzlich Willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Lego The Movie Videogame. Ich bin Mafia, wir sind jetzt im Octan Tower. Ich greife die Leute mal nicht gleich an, vielleicht können wir auch so noch ein bisschen durchkommen. Wir müssen uns jetzt hier irgendwie als Roboter verkleiden. Schauen wir mal, wie wir das am besten machen. Tja, er ist natürlich dann zu klein dafür. Hier muss ich durch. So, ich brauche Batman, den haben wir jetzt hier aber nicht. Batman ist doch losgegangen mit jemand anderem. Kann ich ihn trotzdem herrufen? Kann ich. Okay. Aber das ist jetzt irgendwie nicht so das, wie ich es gedacht habe. Wir sind jetzt wieder in so einer Zwischenwelt, die jetzt gleich die nächste Episode starten wird. Ich muss da jetzt einfach oben irgendwie rauf, damit ich hier durchkomme. Dann nehmen wir jetzt mal sie hier. Normalerweise haben wir Batman hier nämlich, glaube ich, eigentlich nicht. Schauen wir mal, ob wir mit ihr da oben irgendwie weiterkommen. Hallo, der Polizist. Schönen guten Tag. Robocop. Roboswad. Okay. Okay, einmal so. Und den lassen wir einmal runter. Ah ja, jetzt geht das Ding auf. Dann gehen wir mal gleich zur nächsten Mission. Kommen wir hier schon hin? Alle möglichen Orte kommen wir hier hin, aber nicht dahin, wo ich hin wollte. Oha, hier sind aber viele Roboter. Put the thing on the thing. Ich move that we freeze the universe. Kann ich eine Sekunde auf das? Ich Sekunde. Bruce Wayne, CEO von Wayne Enterprises. Wir wollen in Ihre Firma, Ihre Weapon zu kontrollieren. Das ist super sweet, muss ich sagen. Es ist, in der Tat, super sweet. Cool. Was für ein Soundsystem hat das? Uh, Soundsystem? Well, ich meine, wir haben ein iPod Shuffle. Wait a second. Du sagst mir, dass du eine Maschine zu kontrollieren? Und du kannst nicht zu hören, dass du ein Soundsystem hörst. Embarrassing. Ich meine, wir müssen das fertig sein. Ich will 8-Foot-Speakers. Great call. Wir brauchen neue Instruktionen. Wir brauchen neue Instruktionen. Wir brauchen 500-Watt Subwoofer für den Gradulizer. Ja, das ist doch gar nicht so schlecht. Dann brauchen wir jetzt unseren... Können wir nicht. Okay. Dann müssen wir es anders machen. Suchen wir einen anderen Weg. Hier brauchen wir dann unseren Masterbuilder. Schauen wir mal. Was wir sie jetzt hierher schicken. Die sieht schon witzig aus mit Helm. Eins. Ja, mehr habe ich nicht. Wieder einiges kaputt machen, damit hier einiges wieder geht. Ja, das sind halt ein paar Roboter, die jetzt gerade außer Rand und Band sind, sozusagen. So. Schau, das ist der Nächste. Können wir jetzt ein Foto machen? Back to the Security Console. Okay. Okay. Okay, das ist schon mal gut. Jetzt läuft das Zeug hier. Können wir die auch verwenden? Können wir beide verwenden? Ja. Ja, weiter geht's hier. Laufen die hier nämlich weiter und wir können jetzt hier durch. Warte mal, können wir hier? Ist hier irgendwas? Ne, sah nur so aus. Where are my pants? Ich weiß, wo meine Pants sind. Oh, oh. Was finden sie? Das fanden die jetzt nicht so gut. Die blöden Roboter. So, du baust da wieder was Feines raus. Okay, das ist wieder so ein Auto. Ja. Ein kleines, merkwürdiges. Ja, das hat genau den Sinn erfüllt, den ihr solltet. Relativ schnell kaputt zu gehen. Kommen wir da jetzt raus? Gar nicht. Wo ist der Fehler? Wieso komme ich da nicht raus? Ich muss irgendwie von der anderen Seite gehen, aber wie komme ich da hin? Ich kann da nicht bis dahin rüberspringen. Aber wie kommst du auf die andere Seite drauf? Das ist die großartige Frage. Hier hinten vielleicht noch ein bisschen was kaputt machen, dass wir hier noch so eine Fernsehstation bauen. Nö. Das sind einfach nur Punkte, die wir hier bekommen. Hm. Ah, hier sieht es doch gut aus. Oder? Nö, die sind auch schon wieder alle weg. Da komme ich nicht durch. Wie komme ich da am besten hoch? Also, bei denen geht es nicht. Da komme ich nicht einfach so rein. Ach, schau mal. Ich kann ihn bestimmt bewegen da oben. So. So, genau. Jetzt haben wir es. Danke. Just get the next page. I don't know how long I can keep this voice up. Great, just one more to go. How do we get over to the other shoot? Indem wir hier einfach nochmal sowas bauen. Wieder so ein schönes an der Wand langlaufen. So, bauen wir dir noch eine Brücke da ran. Mit der Uhr. Die müssen eh nicht wissen, wie spät es ist. Ja, oder dann eine Treppe. Die kann ich noch gar nicht angreifen, okay. Machen wir gleich erst. So, damit wir das Ding mit dem Ding verbinden können, müssen wir jetzt hier noch die letzte Seite einsammeln. Yeah! Können jetzt hier was ganz Besonderes bauen. Und zwar ein Ding mit dem Ding, wo das Ding drauf kommt. Ein super Subwoofer. Okay, dann brauchen wir so einen Orangenen. Dann brauchen wir hier so einen Roten. Einen, äh, so einen. Und da unten so einen. Und so einen. Und noch den. Ah, sieht doch gut aus. 1A Subwoofer, würde ich sagen. 1A Subwoofer, würde ich sagen. Ich weiß aber nicht was. Könnte Wildstyle denn jetzt noch Feines machen? Irgendwas bauen? Oh ja, eine Jukebox I mean, eine Dance Party Everything is cool when we're part of a team Everything is awesome when we're living our dream Everything is better when we stick together Side by side, you and I gonna win forever Let's party forever We're the same, I like you, you like me No, verpasst Everything is cool when you're part of a team Everything is awesome when we're living our dream Well done, Trilgema Oh, wir haben eine neue Hose bekommen Das ist schon wichtig Ich mein, was wäre das Leben ohne Hosen Everything is awesome when we're living our dream Zah, whoops Everything is awesome I know you put on this tough act But I don't think you're as mean as you're trying to seem Me? I'm not mean What are you talking about? What are you saying? You were all... He's not the special, Vitruvius He can't possibly be this special This guy, are you kidding me? Anyways, I don't think that's you The real you, anyway That night in the city when you thought I was the special And you said I was talented and important That was the first time anyone had ever really told me that And it made me want to do everything I could To be the guy you were talking about Lucy What? That was my real name You asked earlier and it's... Lucy I really like that name What are you two losers talking about? Oh, that's the best I thought I'd help you guys Left a weird cat thing to stall Business, business, business Numbers Is this working? Yes Yay! There's bad cop Oh, Danny boy The pipes Okay, wait for my signal Good luck, Emmett Lucy I guess this might be goodbye I don't like goodbyes Let's just call this See you later Alligator Who's Lucy? Batman When we get inside this room Nicht mal ist er ihr Freund Weißes You have to be really, really quiet Dory, Dad I read your dumb instructions Stop yelling at me The pipes are holding Bad cop Hi, this is Lord Businesses' assistant He would like you to come to his office immediately Copy that Thanks You are welcome, sir That's the signal That's the signal But the shield is still up We'll wing it You couldn't have found a vent that was closer to the Kragle Benny, we're on the gantry in the Kragle room Can you move it closer to the Kragle? No problem And turn off the Kragle's shield I've got a better idea We cut the cables holding this thing up And drop it on the bad guys Give them a nice surprise You wait here I'll check ahead I think that walkway is booby trapped somehow Yeah, I got that Batman, can you get the cover off that cable mooring? What's we here? So, was machen wir jetzt? Den hier Oh, wir haben hier wieder so einen Kollegen, der uns hier Stress macht Kommen wir da irgendwie ran hinten? Nee Komm schon So vielleicht Okay, Leute Aber die Folge ist auch schon wieder vorbei Wird hier gespeichert Und wir sehen uns in der nächsten Folge Wenn es wieder heißt Let's play Lego the Movie Videogame mit Marv Bis dahin Servus